Ich glaube, wir sind beide einfach Typen mit extrem viel Energie, extrem viel Spaß am Leben. Wir sind extrem froh, dass wir hier dabei sind, was wir hier erreichen können. Sehr ehrgeizig und ja, haben zwei Bäume eingepflanzt, hatten dabei auch sehr viel Spaß und insgesamt auch sind wir einfach, glaube ich, hier froh, dass wir Zeit zusammen verbringen können und vom Thema hier was lernen voneinander. Aber ich habe jetzt Joshua hier ein paar Mal beobachtet, auch als seine Familie da war. Er hatte sogar alle vier Kinder einmal gleichzeitig dabei nach dem letzten Spiel und ich glaube, wo man sich eine Riesenscheibe abschneiden kann, ist wie Joshua sein Privatleben mit seiner Familie, mit seiner Frau gestaltet. Das ist wirklich vorbildlich. Ich sage immer zu ihm, ich will auch so ein Daddy mal werden, weil er macht es echt sensationell. Dankeschön. Und insgesamt ist er einfach als Mensch ein Riesentyp, hat mich hier super aufgenommen. Hat auch die ersten Spiele, als ich nicht so viel gespielt habe, immer wieder zu mir gesagt, deine Zeit wird kommen, dein Moment wird kommen. Und ja, war riesig, als wir dann gejubelt haben, als ich diese Flanke auf Fülle geschlagen habe. Ich glaube, uns hat dieses Turnier ein bisschen zusammengeschweißt hier auch und ja, kann von ihm, glaube ich, einiges lernen, weil er hat schon viel erreicht im Fußball und man sieht, mit viel Fleiß und Ehrgeiz kann man viel erreichen. Und deswegen ist er für mich, wie so ein kleines Vorbild, das wird ihn jetzt brutal pushen. Aber ich muss es einfach sagen. Ich glaube, wir heiraten im Sommer.